Ich finde es halt auch ganz, ganz schwierig, wenn du natürlich dann auch Spielerinnen auf Positionen stehen hast, die diese Position halt eigentlich nicht bekleiden. Und da hast du dann natürlich auch eine Unsicherheit. Das macht natürlich was mit der Spielerin, das macht aber auch was mit einer Mannschaft. Von daher hätten wir da vielleicht auch das Spiel einfach anpassen müssen zu den Leuten, die auf dem Platz stehen. Das war's für heute.